Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und ich habe euch unbedingt was zu zeigen, denn wir haben nun ein etwas wohnlicheres Heim, denn wir hatten dann doch hier noch einiges an Geld so da. Ich meine, wir haben jetzt immer noch 1100, das ist absolut fein. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, mal ein bisschen unser Heim hier aufzufrischen. Ich habe uns einen Schirmständer geholt, weil, naja, mir ist halt schöner, wenn man dann rausgeht und einen Schirm sich nehmen kann halt. Ich habe hier ein bisschen das umgestellt, weil ich dachte mir, so ein Fernseher ist halt auch immer ganz gut so. Ich habe halt einen relativ günstigen genommen und den einfach hochskaliert. Das ist ein Tipp, falls ihr nicht so viel Geld habt an Sims, aber trotzdem einen großen Fernseher haben wollt. Nehmt einfach einen kleinen und skaliert ihn hoch. Und, äh, ja, wir haben halt jetzt hier so einen kleinen Wohnbereich und, äh, das steht jetzt halt hier. Ich habe die Wand hier weggenommen, weil irgendwie finde ich, dass es halt so dann doch irgendwie noch mal ein bisschen schöner aussieht. Keine Ahnung, es ist halt einfach, äh, wie soll ich sagen, es ist irgendwie ein bisschen mehr freier. Und das finde ich irgendwie schöner. Dann haben wir hier, keine Ahnung, einfach einen Teppich drunter gelegt, weil ich dachte mir so, keine Ahnung, das macht es schon irgendwie wohnlicher. Wir haben jetzt ein Bücherregal hier in der Küche. Die hat jetzt ein bisschen mehr Platz. Finde ich auch schön. Und ihr Zimmer ist halt auch noch mal ein bisschen größer geworden. Sie hat jetzt so einen großen Schrank, weil ich dachte so, darin kann man auch Bombo machen. Kann man nehmen so und, keine Ahnung, einfach Tische, die daneben sind, sieht halt schön aus. Und der Teppich halt oben habe ich halt nichts verändert gehabt, weil ich finde, das sieht hier schon relativ wohnlich aus insgesamt. Aber ich bin mit der unteren Etage schon ziemlich zufrieden für den Moment. Und, ähm, ich würde sagen, es sieht sehr, sehr wohnlich aus auf jeden Fall. Und ich denke, damit kann man schon viel eher arbeiten. Oh, sie hat anscheinend irgendwie diese Tanzfläche da. Und ich würde die, ups, ich würde die gerne einmal verkaufen, weil wir brauchen die nicht. Easy win, Alter. 700 haben wir bekommen. Das ist schon ziemlich krass. Ich finde es schön, dass die Väter immer ihre Kinder einladen. Äh, die Kinder kennen die Väter aber nicht. Deswegen ist das so ein bisschen so kritisch, würde ich mal sagen. Alle kriegen hier gerade einen guten Ruf. Weil die sich halt alle miteinander unterhalten. Das finde ich sehr schön. Deren Sozialbedürfnis sollte nie wieder im Keller landen, denke ich mal. Zumindest nicht, solange wir einen Achterhaushalt haben. So, das Buch können wir verkaufen. Und dann würde ich sagen, kocht sie einfach mal ein Omelette. Okay, wie es kommen musste, ist jetzt auch mal die Anlage kaputt. Gut. Schon Level 8, ey, gut. Fehlt nicht mehr viel, dann hat sie das Ganze schon auf Level 10. Und dann ist sie damit schon fertig, ey. Sie kommt hier auch den ganzen weiter. In dem letzten muss sie halt auch Level 10 erreichen. Drei Bestseller. Das schaffen wir aber, denke ich, alles. Ich denke, das wird alles funktionieren. Ich denke, mit Level 9 können wir dann halt dieses, wo man das nur einmal die Woche hinschicken kann, auswählen. Wenn wir dann Bücher veröffentlichen. Gerade habe ich alles ganz gut im Griff. Da bin ich ganz zufrieden. Vor allem morgen, Montag haben die ja alle Schule. Also alle, alle. Das heißt, wir sind komplett alone. Krass einfach. Und schon sind alle weg. So schnell geht's. 1100, Alter. Krass. Geld fließt gerade schon ganz gut, ne? 720 Rechnung. Das ist okay. Es gab gute Noten. Für dich. Für dich. Für dich nicht. Für dich nicht. Für dich nicht. Für dich nicht. Für dich auch nicht. Puh. Das heißt, es werden zwei Geburtstage gefeiert. Das heißt, wir werden zwei... Die beiden werden wir dann aus dem Haus werfen. Wie schön. Sind denn meine Küchlein noch ganz? Kann man denn trotzdem die Kerzen aushusten? Ja. Kann man. Gut. Dann machen wir das mal ganz kurz. Die beiden dürfen Zeug tun. Und das Zeug verkaufen wir. Das können wir behalten. Schulprojekte sind okay. Alle kommen mit Schulprojekten, glaube ich, nach Hause. So. Können wir dann machen, damit die anderen schneller Zeug hochsteigen und so. So. Ja. Macht das erstmal jetzt fertig. Der Herd ist kaputt. Schön, wie das die beiden halt nebeneinander so machen. Yeah. Ich nehme jetzt einfach irgendwas. Ich nehme jetzt das da. Genau. Und ich nehme genau das hier. Okay. Ars Familie entfernen. Ars Familie entfernen. Okay. Dann können wir eigentlich unseren Lover mal anrufen. Denn dann könnten wir direkt wieder ein Bibi machen. Warte. Unser Lover war er hier. Mit dem haben wir, glaube ich, kein Kind. Ich gucke einmal kurz in den Stammbaum. Nö, ist er nicht. Also, er ist es halt. Ein leider faktuell im Grundstück abzuhängen. Dann können die ja mal vielleicht Kinder zeugen. Das wäre eine gute Sache. Dann können wir nämlich direkt endlich mal weitermachen. Denn wir haben jetzt schon länger keine Kinder mehr bekommen. Dann haben wir jetzt schon zwei Kinder. Die sind groß. Krass. Okay, er kommt. Das ist gut. Bibi machen. Weißt du, er kommt an direkt so. Ey, willst du ein Kind haben? Wie wär's? Das ist ganz normal. Das macht man halt so. Sie wollte sowieso ein Techno-Mächel haben. Das ist schön. Okay, dann mach mal bitte einen Schwangerschaftstest. Mein Spiel friert die ganze Zeit ein. Deswegen gehen wir mal zu Welten verwalten. Das war auch das, was ich letztes Mal am Ende die ganze Zeit so Probleme hatte. Vielleicht geht's jetzt ja wieder. Okay, es geht auf jeden Fall weiter. Ja, sie ist schwanger. Schön. So, und da du jetzt gerade nichts zu tun hast, kannst du ihr bei dem Projekt einfach mal helfen. Kann ja nicht schlecht sein. Wie schön, dass einfach alle an ihren Projekten arbeiten. Ich sag immer wieder, wenn das mal im echten Leben so wäre, dass alle so fleißig wären. Ich freu mich übrigens richtig auf das Inselleben-Erweiterungspack. Das kommt ja am 21. Und ich weiß nicht genau, wie wir das hier mit einbauen können. Eventuell können wir das mal gucken. Je nachdem, wann wir halt wo wohnen später. Vielleicht können wir ja dann, wenn wir ein neues Grundstück suchen, dahin ziehen. Aber ja, ich freu mich auf jeden Fall richtig darauf. Ich werde vielleicht auch eine Review dazu bringen. Wir werden sehen. So, das ist fertig. Dann können wir das verkaufen. Tschüss. Brandon macht eine Phase durch. Oh, kein Ding, ey. Oh, das können wir verkaufen. Das ist auch fertig. Schön. Geld machen mit den Projekten hier. Schön, alle haben ihre Projekte abgeschlossen. Das freut mich. Die Projekte kann sie dann ja machen. Obwohl, wenn sie halt befördert wird, dann wird sie ja sowieso Einsassschüler. Deswegen behalte ich es einfach für die anderen. Keine Ahnung. Kinder sind wieder auf zur Schule. Schön. Theoretisch müsste ich eigentlich schon mal die Betten da oben entfernen. Und austauschen mit den Kinderbetten. Mit den kleinen Kinderbetten. Schön. So. Dann können die nämlich direkt das Zimmer beziehen wieder. 1300. Yay. Es wird immer mehr. Ja, wir kommen dem Ziel immer näher. Unser Ziel hier auch hier zu verfaschen nehmen. So, Buch können wir wieder verkaufen. Also veröffentlichen. Dann fehlen uns schon nur noch vier Bücher für das hier. Dafür kriegen wir 350 Punkte. Nice. Wir müssen uns schon mal Gedanken machen, was wir als nächstes für ein Bestreben dann nehmen. Ich meine, noch dauert es eine Weile. Aber trotzdem. Langsam geht es in die Richtung. Oh, gute Noten. Oh, alle haben gute Noten. Oder ziemlich alle. Du bist Zweier immer noch. Du bist Einser. Einser, Zweier, Zweier. Also die beiden haben Geburtstag. Branton und Chiara. Dann muss Mutti mal einen Kuchen backen. So, dann Branton. Komm mal her. Und probier mal die Glasur. Nice. Dann können wir nochmal den Creative Sam gehen. Nein. Eine meiner Lieblingsbeschäftigung in den Sims einfach. Vor allem, ich habe jetzt das Stranger-Ville endlich mal. Vielleicht nehmen wir davon ja was. Wir werden sehen. Yay. Trade Randomizer. Ja, warte, Moment. Der wird ja auch ziemlich unnötig, wenn wir dann endlich das Update haben, weil da können wir endlich Trades zu randomisen. Deswegen, ja, sehen wir dann, ne? Also gesellig und Bestsell-Autor. Okay. Bitte Kerzen. Und, äh, Chiara hatte auch eine Eins. Oh, wir kriegen Geschenke. Nice. Ach, ist mir egal. Geh weg. Woo. Äh, Moment. Und. Okay, irgendwas botanisch. Pflänzchen und viel Fraß. Okay. Es müsste hier sein. Genau. Und viel Fraß ist, glaube ich, hier. Yay. Kerzen. Gut, dann gehen wir mal in den Greatest Sim. Uh, warum laggt das so? Ich gehe nochmal rein. Ich möchte nicht, dass es laggt. Hilfe. Jetzt aber hoffentlich. Warum laggt das so? Geht's jetzt? Jetzt geht's. Okay. Hm, komisch. Du, dein Stil ist nicht so okay. Und du bist ein bisschen pummeliger. Das ist natürlich okay. Aber, äh, ja. Gut, ähm. Was nehmen wir denn so schönes? Ich würde sagen, wir würden halt ne Farbe nehmen, die zu seinen Augenbrauen passt. Deswegen nehmen wir einfach irgendeine Frisur. Die Maxis Matches. Nehmen wir die. So, und an Kleidung. Äh, nehmen wir einfach irgendwas. Nehmen wir das hier vielleicht. Ja. Hm. Und dann einfach so eine Hose dazu. Gibt's nicht in Blau? Ich möchte eine blaue Hose haben. Aber nicht so eine Enge. Ich glaube, das ist nicht so seins. Maybe die hier. Und dann einfach solche Schuhe dazu. Ist ein bisschen sehr casual. Irgendwie ist sein Gesicht richtig klein. Dinge, die passieren. Das tut seine Figur nicht so gut alles. Das hier geht noch. Das ist schon fein so, würde ich mal behaupten. Wir machen eh nicht so viel Sport in diesem Haushalt, okay? Deswegen, äh, auch okay. Würde ich sagen. Aber eher vielleicht sowas. Oh mein Gott. No. No, no, no. Das Oberteil, meinetwegen. Es leckt immer noch ein bisschen. Das nervt mich ein bisschen. Aber das Ding ist, ich kann jetzt nichts dran ändern irgendwie. Nehmen wir die dazu. Oh nein, du sollst schon irgendwelche Schuhe tragen. Die wie im Alltag. Nein. Geh weg damit. Meinetwegen kannst du eine Sonnenbrille tragen, wenn du das unbedingt möchtest. Ja, meinetwegen kannst du das als Heißwetter anziehen und als Kaltwetter. Ist das da auch schon irgendwie okay, denke ich mal. So. Sie kann gerne bei den Haaren bleiben, auch wenn sie vorher schwarze Haare hatte. Aber die finde ich süß. Vielleicht können wir die einfach mal färben. Die echte, das müsste die normale Frisur sein, ja. Dann bleiben wir mal dabei. Kann ich ihre Augenbrauen bitte ändern? Weil, also zumindest in schwarz, weil, naja. Bin jetzt nicht so Fan davon. Aber sie ist echt süß. Fällt mir gut. Ich finde das Outfit auch eigentlich ganz okay. Also ich würde, glaube ich, eine andere Hose nehmen. Sie kann ja bei dem Style bleiben. Aber die hier und dann halt noch irgendwie passendare Schuhe. Einfach so Turnschuhe, würde ich sagen. Aber dann halt in weiß. Ja. Und dann einfach sowas hier. Und dann mit solchen Schüchen. Geht schon, klar. Ne, ich würde sagen, du trägst da keine Mütze. So, denke ich, kann man ganz gut Sport machen. Boah. Ich glaube nicht, dass du das im Schlafwand siehst, wenn du mit deinen Geschwistern in einem Zimmer schläfst. Girl. Dann würde ich sagen, einfach ein Sport-BH. Die finde ich eigentlich schon ganz süß. So vielleicht. Was gefällt mir? Das hier nicht. Oh mein Gott. No. Go away. Da ziehst du einfach mal. Mä. Mä. Wahrscheinlich noch zu Ende spielen. Und dann werden wir wie immer dann am nächsten Morgen weitermachen. Wir erwarten neue Kinder. Finally. Und ja. Freut dich auf den nächsten Pfad. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.